Hallo und herzlich willkommen zu Nova AFA. Mein Name ist Matthias Arnst-Holzmann und zum Thema Projektsteuerung und Baukostenmanagement hat die Nova Building IT ein paar interessante Informationen für Dich. Hier und jetzt geht es im Tutorial darum, Dir einen schnellen und einfachen Einstieg in Nova AFA zu ermöglichen. Direkt nach der Anmeldung mit Deiner E-Mail-Adresse und Deinem Passwort landest Du auf dem Dashboard. Das Dashboard ist so etwas wie die Schaltzentrale von Nova AFA. Von hier aus kannst Du alle Funktionen der Anwendung erreichen. Entweder über die zentralen Quicklinks oder mithilfe der linken Navigationsleiste. Die Quicklinks bieten direkte Aufrufe. Zum Beispiel kannst Du von hier zur Bearbeitung Deiner Projekte springen oder ins Adressbuch zur Verwaltung von Adressen wechseln. Hier behältst Du auch die aktuellen Termine im Blick und Du hast sofortigen Zugriff auf Deine zuletzt bearbeiteten Elemente. So, und hier oben gibt es den Aufruf Ansicht. Im Dialog kannst Du selbst einstellen, welche Inhalte auf dem Dashboard angezeigt werden sollen. Dazu gehören vielleicht auch Deine eigenen Notizen oder Aufgabenlisten, die Du ans Dashboard anheften kannst. Und wenn Du Fragen hast, dann kannst Du mit unserem Support direkt Kontakt aufnehmen. Sende uns dazu einfach eine E-Mail. Schauen wir uns nun die linke Navigationsleiste an. Du kannst sie einklappen oder ausklappen, je nachdem wie viel Platz Du zur Verfügung hast. Auch hier findest Du die wichtigsten Aufrufe. Zu den Projekten. In der Projektübersicht werden Deine Projekte aufgelistet. Aktiviere ein Projekt und Du kannst es bearbeiten. Etwa Leistungsverzeichnisse für Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung erstellen, Elementkalkulationen durchführen, Kostenschätzungen vornehmen, die Kosten Deines Projektes nach Projektfortschritt und freien Auswertungskriterien analysieren, Dokumente anhängen, Adressen zuordnen, Berechtigungen und Freigaben erteilen. Wechseln wir ins Adressbuch. Dort findest Du Deine Adressen. Auch hier einfach anklicken oder tippen und bearbeiten. Adressen kannst Du über die Importfunktionen von Nova AFA einspielen und musst sie also nicht mühsam abtippen, wenn sie in einem anderen System bereits vorliegen. Im Kalender hältst Du Termine fest. Wenn Du möchtest mit angefügten Dateien, Informationen zum Ort und mit einstellbarer Erinnerungsfunktion per E-Mail. Termine, die im Rahmen der Projektbearbeitung erfasst werden, zum Beispiel ein Submissionstermin für ein Gewerk, tauchen hier im Kalender dann ganz automatisch auf. In der Rubrik Notizen kannst Du Merkzettel und Aufgabenlisten bearbeiten, auch mit Bezügen zu Terminen. Und Du kannst zur besseren Dokumentation jede Art von Dokumenten und Dateien anhängen. Und noch zwei weitere wichtige Aufrufe findest Du hier. Zum einen ist das Dein Profil. Aktiviere das runde Symbol und Du kannst Deine eigenen Einstellungen vornehmen. Dazu gehören Deine Profildaten, also Dein Name und Deine E-Mail-Adresse, mit der Du Dich am System anmeldest. Im Bereich Profil Bild kannst Du Dein eigenes Bild hochladen und speichern. Unter dem Aufruf Passwort ändern kannst Du genau das tun. Gib zur Sicherheit jedoch erst Dein aktuelles Passwort ein, dann das neue und bestätige das neue Passwort nochmal. Auf der Karte Farbschema kannst Du Deine präferierte Farbe einsetzen. Vielleicht gefällt Dir Grün? Und unter Schriftbild stellst Du ein, in welcher Schriftart und Schriftgröße Deine Tabellen für Leistungsverzeichnisse angezeigt und die LV-Dokumente erstellt werden. Hier geht es zurück zum Dashboard. Ach ja, übrigens, Du gelangst immer über diesen Weg, hier ganz oben links, zurück zum Dashboard. Ja, eine Sache haben wir noch zum Abschluss. Dein Konto. Starte den Aufruf Mein Konto und Du kannst insbesondere zwei Dinge tun. Aus Deinem Testzugang ein kostenpflichtiges Abo erstellen, dazu wähle den Aufruf Paket wechseln. Und Du kannst Dein Abo jederzeit wieder kündigen. Dazu gibt es hier den Schalter Paket kündigen. Okay, vor dem Kündigen musst Du natürlich erst mal ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben. Wenn Du einen Testzugang hast, dann passiert das nämlich nicht automatisch. Einen Testzugang musst Du nicht kündigen. Er läuft nach 14 Tagen automatisch aus. Du musst nichts weiter tun. Also nehmen wir an, Nova AFA gefällt Dir. Dann kannst Du Dein Paket wechseln. Hier ist eine Übersicht zu den möglichen Vereinbarungen. Wie Du siehst, wird der Preis dann günstiger, wenn Du Dich länger binden willst. Und er ist natürlich auch vom Leistungsumfang abhängig. Unsere Empfehlung, wenn Du noch nicht restlos überzeugt bist, abonniere doch erstmal ein Starterpaket für einen Monat. Dein maximales Risiko sind 29 Euro plus Mehrwertsteuer. Mit diesem Leistungsumfang kannst Du bereits Projekte, Kostenschätzungen nach DIN 276, LV-Kostenberechnungen und Ausschreibungs-LVs erstellen, mit Deinem Firmenlogo drucken und nach GAP exportieren. Kündigen ist natürlich genauso leicht. Einfach den Befehl Paket kündigen auswählen und bestätigen. Du erhältst dann eine automatische Kündigungsbestätigung per E-Mail. Dein Konto und Deine Projektdaten bewahren wir noch mindestens 6 Monate lang auf. Das heißt, wenn Du Deinen Zugang innerhalb dieses Zeitraumes wieder aktivierst, dann kannst Du direkt weiterarbeiten. Mit Nova AFA bleibst Du immer flexibel. Schau Dir auch die anderen Nova AFA-Videos an. Ciao und bis bald!